Herzlich Willkommen bei Match Me If You Can. Frage 1. Wer trainiert härter? Omar, das ist sehr krass. Ja, man hat gesagt, dass er den größten krass ist. Du bist schon in der Salle, Cousin? Ich bin jeden Tag hier vor dir, frä. Putain. Hey, Fraschow, da ist ein Lass. Frage 2. Wer ist der talentiertere Fußballer? Frage 3. Wer spricht besser Englisch? Frage 4. Wer geht öfter zum Buffet? Frage 5. Wer kennt die Marseillaise auswendig? Von Frankreich? Ja. Wer weiß was? Wer kennt die Marseillaise aus Peir? Er weiß. Nein. Ich weiß auch. Dann. Und Omar, kannst du es mal singen? Du willst einen schönen singen? Ja. Ja, sing. Ich weiß auch. Ich weiß auch, wie es ist. Ich weiß auch, wie es ist. Ja. Ich weiß auch. Frage 7. Wer von euch ist der größere Star in Frankreich? Frage 8. Wer hat den besseren Modegeschmack? Frage 9. Wer spricht mehr Sprachen? Englisch? Ah, mehr Sprachen. Franz, Englisch, ein bisschen Deutschland, Cameroon, ein bisschen Spanisch. Aber aus Cameroon, aus Cameroon, ich spreche vier Sprachen. Sprachen von meiner Mutter, Sprachen von meinem Vater. Und dann in Cameroon, wir haben so verschiedene Englisch. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn ich gerade kam, trinkte ich mehr. Frage 11. Wer ist der Schnellere? Frage 11. Wer ist der Schnellere? Er ließ so viel. Zwei Mal sieht er in diesen Fragen. Ich denke, wir müssen es in der Sprache machen. Und wir brauchen eine Kamera. Wir brauchen eine Kamera, die wir benutzen. Und dann werden wir es schneller in der Sprache machen. Das nächste Mal. Und wir werden sehen, wer ließ. Wer ließ? Wer würde eher in seiner Freizeit schlafen? Wer ist denn? Wer schlaiert mehr, wenn du Zeit hast? Selbstverständlich. Das ist das ich. Wer schwebt mehr? Wer schwebt mehr? Ich! Du schwebt immer! Wenn du dich schwebt länger, sich jemand zu schwebt mehr? Du schwebt viel, du? Ja, ich schwebt viel. Du schwebt nicht. Du schwebt in der Zeit, du schwebt viel. Du schwebt nicht. Ich warte nicht am Abendessen und warte am Abendessen. Ich warte nicht. 12.